Ali kommt ursprünglich aus Syrien und hat seit sechs Monaten einen positiven Asylbescheid. Er hat seine Frau im Krieg verloren und hat ein fünf Jahre altes Kind. Ali muss nun aus dem Flüchtlingsquartier ausziehen und für sich und sein Kind eine Wohnung suchen. Er findet eine gute Wohnungsanzeige im Internet und ruft den Vermieter an. Doch sobald er seinen Namen erwähnt, lehnt der Vermieter ab und behauptet, keine Wohnung mehr frei zu haben. Zehn Minuten später ruft erneut ein Interessent namens Lukas den Vermieter an und bekommt eine Zusage für die Wohnung. Da Lukas bei der Feuerwehr arbeitet und Ali dort freiwillig hilft, hat Ali mitbekommen, dass er nur wegen seiner ausländischen Abstammung die Wohnung nicht bekommen hat. Ali und sein Kind haben nun kein Zuhause und müssen auf der Straße leben. Schon einmal eine ähnliche Situation erlebt? Das Geschlecht, die Herkunft, die Religion, das Alter, die sexuelle Orientierung und die Behinderung kann man sich nicht aussuchen. Diskriminierung hat viele Gesichter und kann uns alle betreffen. Die Antidiskriminierungsstelle in der Stadt Salzburg kann helfen, anonym und kostenlos. Einfach melden 0676 87 46 69 79 Office at antidiskriminierung-salzburg.at www.antidiskriminierung-salzburg.at www.antidiskriminierung.at www.antidiskriminierungsstelle.at 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 www.antidiskriminierungsstelle.at